30 Prozent unserer Bevölkerung, also 20 Prozent Nichtwählerinnen und Nichtwähler, 10 Prozent AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler, haben mit der etablierten Politik vollständig abgeschlossen. Die klaren von der CSU bis einflüssig der Linken mit all diesen Parteien nichts mehr anfangen. Mit den etablierten Parteien. Und wissen Sie, 5 Prozent ist normal, wenn jeder gewählt hat. Aber 30 Prozent ist einfach zu viel. Und lauter solche Umstände tragen dazu bei. Die falsche Sprache, die Angabe falscher Beweggründe, also eine mangelnde Ehrlichkeit. Aber auch die Macht von nicht gewählten Leuten. Wieso ist denn ein Wirtschaftsboss, der sich ja nirgendwo zur Wahl stellt, mächtiger als die Kanzlerin? Die kann ich ja indirekt wählen oder abwählen, aber den anderen nicht. Also lauter solche Fragen bewegen mich, aber eben auch zunehmend die Leute. Und wie groß das Misstrauen ist, jetzt übrigens nicht nur gegenüber der Politik, zunehmend auch gegenüber der Wissenschaft. Natürlich. Das merken Sie bei der ganzen Corona-Departung. Das merken Sie bei der ganzen Kanzlerin.